hallo zusammen willkommen zurück auf meinem kanal schön dass ihr da seid ich möchte mich mit diesem video gerne bei der kompletten community bedanken welche mein kanal und mich unterstützen und meine videos fleißig gucken vielen vielen dank dafür und auch ein ganz großes dankeschön an youtube noch einmal ich hatte ja vor einiger zeit bereits schon mal ein video erstellt wo youtube so nett war und mir einen youtube play button zugeschickt hat das war dieser beleuchtete youtube play button vielen vielen dank für dieses geschenk youtube und dieses mal hat mir youtube wieder ein geschenk zu kommen lassen und zwar ist das dieses hier ich habe es jetzt hier doch gar nicht ausgepackt aber das können wir hier gemeinsam machen und dann können wir auch noch mal schauen was mir diesmal youtube zugeschickt hat und ich lasse mich gerne überraschen ich würde sagen wir machen das mal gemeinsam auf und dann schauen wir auch mal was es genau ist das war eine richtig saurerei ich habe diesen umschlag aufgerissen und dann ist mir da eine riesen wolke von an und zwar sowie eine ahnung sowie wie staub oder nicht styropor aber irgendwie staub war das das ist mir gerade entgegen geflogen jetzt muss ich mich einmal kurz sauber machen weil es komplett mich erwischt hat aber jetzt haben wir hier den karton das ist das was mir youtube zugesandt hat sehr neutral gehalten und von außen kann man jetzt tatsächlich noch gar nicht erkennen worum es sich da handelt aber wir machen das jetzt auch gemeinsam auf ich hoffe jetzt fliegt mir nicht schon wieder irgendwas dagegen entgegen dieses schachtel das ist interessant und zwar das wieder hier so ein high five geschenk und zwar steht da drauf viel spaß beim zusammenbauen deines youtube brick kids lass uns wissen wie lange du brauchst naja das ist ja echt interessant hier ist auch die anleitung dabei das sieht aus wie ein lego bausatz und am ende wird das ein youtube play button wieder sein sehr interessant das letzte mal diesen beleuchteten youtube play button richtig cool und diesmal haben wir einen lego bausatz bekommen als youtube play button und das ding werde ich jetzt auch zusammen bauen ok eine tüte ihr seht der ganze bausatz ist hier drin ich mache das ganze jetzt mal hier auf das sind schon einige teile hier die wir haben ich werde mich jetzt hier durch diese anleitung durchwurschteln das ganze zusammen bauen und dann zeige ich euch das ergebnis ich würde sagen dass wir zu lange dauern wenn ihr jetzt alle dran bleibt und sich euch das auch anguckt ich mache es fertig und dann bin ich auch sofort wieder da so jetzt habe ich das ganze hier mal zusammengebaut dieses lego puzzle von youtube und ich habe circa 30 minuten dafür benötigt um das ganze hier zusammen zu stellen und das will ich euch natürlich auch nochmal zeigen also das ganze sieht jetzt so aus ich weiß nicht ob man es jetzt ganz so gut sehen kann ich versuche das mal so ins bild zu halten ja ist wirklich klasse und ich werde dafür auch sicherlich einen schönen platz finden meine youtube lampe den youtube button den seht ihr da hinten da habe ich ihn hingestellt und diesen lego bausatz als youtube button den werde ich wahrscheinlich irgendwo hier an der werkzeugwand anbringen da werde ich mir vielleicht eine schöne halterung für machen und den button dort dann aufhängen ja vielen vielen dank nochmal an youtube für das weitere geschenk hat mich wirklich sehr gefreut und auch nochmal vielen dank an die komplette community dafür dass sie mich unterstützt mein kanal abonniert hat und meine videos schaut danke euch gebt dem video gerne einen daumen nach oben schreibt was in die kommentare und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten macht alle gut und ciao und ciao und ciao